Das ist der Paul mit einem weiteren Let's Play von SV League und wieder mit Reko Dapingoo! Alles get's all ready? Ready, 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 ready! Ich spiel' heute mit Bombe, Trimblades und Handgun, also ich mach' einen auch Rusher-Kon-Gang. Hang-Gang? Hang-Gang! 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 Ich rushe! So, ich spiel' mit Sniper, wie ungewöhnlich! Wow! 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 Bomb-Kill! Wow! 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 Okay, ja, äh, ich spiel' das nicht nur wie man sehen kann. Das war Ultima-Roschein. Jetzt geht's Long Bay! Hey! Blah! Hey! Hey! Bumbe! Trimblades! Hahaha! Gott dieser Typ, der lauer Pferd, so ein Wurm und springt der runter, abgepackter Fass, fick dich ehrlich, du bist ein Scheiße, Junge, und springt der runter. Hat der lauer Pferd und springt runter, weißt du, wie assi das ist, okay, ähm, ah ja, genau, einen Leute haben mich beschwert, weil, weil man, weil man, meine Tastatur hören konnte, weil, let's playen, tut mir leid, ich hab das Streck, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, vielleicht nur ganz leise, aber achte das. Ich bin froh, wenn man die Tastatur hört, weil, äh, da kann niemand zeigen, ich hab RZ-Baut, cool. Dann, das zeigt Lebenszeichen. Das zeigt lieb zwei Bleid! Das zeigt lieb... NEIN! Wieso? Ich geh long way! Ich renne schon! Ich kann nicht schneller! AHHHHH! Loser! Er hat mich gesnibed! Er hat mich gesnibed! AHHHHH! AHHHHH! Wie schlug... Ja, was zu schlug du Lappen! Warte, ich geh mit Twi Blade! Twi Blade! Twi Blade! Es hat mir eine Bombe! Twi Blade! Twi Blade! NEIN! AHHHHH! Twi Blade! Scheiße! Hätt' ja klappen können! Ich kann nicht mehr! Hätt' ja klappen können! Twi Blade! Oh! Ultimate Twi Blade, Alter! Uaah! Twi Blade! Twi Blade! Twi Blade! Mobbing Crew! Schon traurig scheiße! Ich bin verreckt am Laser! NEIN! Oh 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 oh! Bridge! Ah, unser ist kaputt! Ich schaff das! Komm schon! Wir schaff das! Twi Blade! Yes! Ich renne! Bombe! Twi Blade! Best Technik! Hallo! Hallo! Hey du flieh! Nein! Was ein Loser! Ah! Du bist auch tot! Bin ich mit runtergefallen? Ja! Du bist schon runtergefallen! In der letzten Sekunde! Ich hätte ja gelacht, wenn es ein AK gewesen wäre! Ja, aber da stirbt man nicht bei SelbstAK! Doch! Hab ich schon rüberkommen! Das haben sie schon längst gefixt! Das geht nicht mehr! Bei SelbstAK! Du bist ein Rekker! Weil ist es passiert nur oft genug! Oh, was lachen mit scheiß Schild, ey! Also Schild einfach no, no skills kill! Und so ne hässliche Maske! Twi Blade! Twi Blade! What? Ich war voll schnell tot! 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 Boah! Voll mobbig! I'm slow away bitch! Ich schaue dir mal zu! Ah! Twi Blade! Hot God! Wunder! Wir sind so geändert! Wir sind zu geil! Werbung! 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 Verdammt! Verklickt! 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 Boah! Sag! Nein! Tobias Sag! Ich kann halt! Ich schlape ihn! Ich schlape ihn! Yeah! Bombe! Twi Blade! Twi Blade! Twi Blade! Die scheiß Bombe hat sich gerettet, hä? Ja, natürlich! Das ist ja Rush-Technik! Man schmeißt die Bombe und dann Twi Blade vor erraschen! Da kann man nämlich nochmal! Ist ein Trick! Kann man schnell den TD rushen! Ah, wie lappig! Aber geil! Das ist ein neues Trick! Eheh! 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 Posse! Scheiße! Pahh! Nein! Kaum hat es kann! Okay, Twi Blade! Was sonst? Ah, so weit bin hier oben! Oh! Da komm ich nicht rauf Sicher? Irgendwie? Ok warte Ich fasse es Du hast zufällig Angst dabei Ey lol Ich hab zufällig Fight dabei Ich ran Hätte ich vielleicht auch noch nutzen können Oh man Ich hab voll die falschen Skill dabei Eigentlich hätte ich 30 abgeben Werbung Werbung Brodhede Ich ban dich für Werbung Der Mikkel und dann als das Brot kam Zu genial Ein Hit raus würde ich Toll im Leidt Hallo ich bin hier oben Oh da komm ich hin Hallo Was los Keine SP zum Slider Keine SP zum Slider Oh man Oh Failbombe Scheiße Scheiße man Ich war voll schnell da Ich hab keine Bombe mehr Ich hab sie verworfen Hast du Bombe mehr? Nö Das ist die von Luzern Match Unser Random Match hab ich nie Yeah Am Ende mit der Kamera von der Links gezogen Trim Blade Trim Blade Trim Blade Trim Blade Bumbe Wir sind unbedingt nicht das noch killen, gut dann mach Aua Trim Blade Trim Blade Trim Blade Hast du nicht die Darkliste B? Äh Wir müssen mal zusammen so zu zweit auf einen mit Trim Blade einhauen Nein, der Astus! BOMBE! Nein! Scheiße! Ich hab die BOMBE! Ich hab die BOMBE falsch geworfen! Ich komme! AMG POWER! Was denkt er, das AMG zwei HP pro Hit noch? Junge! Scheiß Lego! Nein, man, ich treffe einfach nicht! Warte, warte! Epic's Nein! 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 Stellt euch jetzt mal Stealth-Power-Face vor! Pedophase! Und dann zu Laser-Augen! Eigentlich allein, ich werde ein Techno-Bees machen. Oder? Oh, scheiße! Pimp pimp pimp! Pimp pimp! Oh, scheiße! Warte, 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 warte! Jetzt kommt Stanley zurück... Alles ist kein Scheiße, oder? LOL! Los, gib ihm die Sigma! Gib ihm die Sigma! Okay, ich helfe dir! TADADADADADADADADADADADADADADADADAM! Ich helfe dir! Bombe! Du Arschgesicht Flutter ist runtergefallen! Die ist runtergefallen, scheiße! der die Behandlung der Welt jetzt stell dir mal vor du wärst mit meiner Bombe verreckt ne, da kann ich nicht zu viel AP Scheiße das ist ja witzig und du warst ja weniger Schaden auf mich ne, also auf Mates deswegen ist der Bombenrush Fuck! Fuck! Das wärst ja nur auf jeden Fall Okay, ich hab zu viel AP verloren Was ist die da springt beim Kumpel? Was? Jetzt komm ich noch nicht Verdammt, ich treffe den aber nicht Verdammt! 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 Verhinkt! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NEIN! Der hat einer fehlt, der Wichser Krikrüggel! Hangee! Alter Hangee What?! Ich hab ihn nicht ab, jemand gegrittet YES! Hahahaha 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 Weil er jetzt hier da runtergesprungen ist, ne? Hahahaha Keine Ahnung Ich hab ihn aber gegrittet mit der Bombe Ich hab's gesehen noch Hahahaha 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 Glaubst du mir den Suizid gefährdet? Hahahaha Hm mh haha Hahahaha Oh on'bä! Hessen estão Hahahaha Ehe Aiche Ache End above Hahahaha Werbung Werbung Ö화를 V Uh Um Uh 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 Oh Oh Yeah U Sie Ah Hey ich bin Level AB 8.5 Level Up! Ich kann halt nicht Level Up! Zwei Level noch, dann bin ich pro! Yes! Das war die Aufnahme! Hey, ich bin Level Up! Das war ein cooles Level Up, Mensch! Und wir sehen uns bei meiner nächsten Aufnahme! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!